...deutsche Zulassung...deutsche Papiere...deutsche Kfz und alles... ...eine Sicherheitsquote nicht eingetragen oder so gar nicht... ...hast du nie stehen im Schein... ...ich will, sei, weiß, bei soviel Sachen... Alter, ist das ein Sound... ...ein Raumzone... ...kenn ich gut sein... ...ja... ...okay... ...warte mal ein bisschen... ...ja, wir sollten mal die Heizung an... ...ja... ...also der Sound ist angenehm, finde ich nicht...